Die gesamte Zeit, schaut mal in Surat Al-Fatihah, wie fängt sie an? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was heißt Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Was ist das für ein Ausdruck? Das ist Lob. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Warum lobt Allah, subhanahu wa ta'ala, sich? Weil niemand ihn so loben kann, wie er sich selber lobt. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nächste Ayah. Ar-Rahmanir Rahim. Was bedeutet Ar-Rahmanir Rahim? Dem Al-Abama, dem Barmherzigen. Weiter? Weiter? Was bedeutet Maliki Yawmiddin? Dem Herrscher am Tage des Gerichts. Das heißt, wenn wir uns die Sura betrachten, alles Lob gebührt Allah. Und das ist das Schöne. Allah Azzawajal sagt, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wala dhikruullahi akbar. Wahrlich, das Gebet hält ab vom Schändlichen und vom Abschändlichen. Und Wallahi. U cards are single. tig giberis g裂. Da ist vorf suddenly übe lחsira. Da ist vorf? Darenden Anruf gun right Tamziz schatze. Da ist vorf.